So, da komm ich wieder drüff. Kupfererz, Inenerz, Eisenherz. Ja, so. Du kannst halt... Dash. Da, ja, was kannst du damit machen, der ist ein Terraformer, ähm, der ist, also... Ja, Terraformer braucht man, ne unbedingt. Ähm, der ist... Welches wäre jetzt eigentlich der Planet, dass wir in den Quests weiterkommen könnten? Das ist eine coole Frage. Hast du ein Questbuch dabei? Ja, gut, genau, gut, ja. Äh, warte. Äh, ähm... Ähm... zur Venus zu gehen. Ähm... 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 Die sind ja gesperrt. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Ja, ich... Ich weiß nicht, warum die gesperrt sind. Aber komischerweise auf die Monde von denen kannst du. Auf die Monde? Ja, ich bin jetzt gerade bei den Monden von Jupiter, bei Io, Europa und Kalisto, da brauchst du überall eine Tier-3-Rakete. Äh, gut. Also, Venus zur zweiten, damit kannst du eine Quadra-Ware machen. Das ist halt für... Ja, dann lass uns doch erst mal zur Venus fliegen, weil das mit dem, ähm, Stargate-Craft, das würde ich gerne mal versuchen. Ich hab das zwar mal irgendwann gespielt, vor zig Jahren, aber hab da nie wirklich durchgeblickt. Ja, zur Sonne kann man nicht fliegen, das finde ich schade. Wow. Ja, sonst hätten wir, die Frauen zur Sonne gehen, hätten wir denen irgendwas aufzischen können, wie hier, dort gibt's ein übsgeiles Erd, das braucht man. Und ihr braucht nur den und den Raumanzug dazu. Ich glaub, die wäre da sogar drauf reingefallen. Weißt du, wo du noch hin kannst? Wohin denn? Zu den Asteroiden. Kannst du hin? Ja, nee, wir fliegen Menschen gemeinsam. Naja. Dann, keine Ahnung, wollen wir zur Venus fliegen, oder? Guck mal, ob der gerade... Nein, Venus hat keinen... Äh, Mars hat doch irgendwie den Mond, oder? Nicht Saturn. Mensch, war nochmal der Mars, war hinterher, dingst. War direkt an der Sonne dran. Nee, der hat nix, nee, warte mal, es war Merkur. Doch, der hat eigentlich den Mond. Nee, Mars hat keinen. Ja, Phobos und dingst hier. Aber egal. Wer ist Pluto? Die haben alle gar keine Monde. Aber wie sieht's denn hier mit der zweiten Galaxis aus? Ja, da kannst du auch noch wieder hin. Nee. Das ist Elpis. Elpis. Ja, die sind gesperrt. Tierfragezeichen. Sind das nicht die, für die man ein Tier 5 braucht? War das das? Ähm, also für einen brauchst du irgendwie Tier 1. Äh, nicht Tier 1, Tier 3. Äh, die sind alle gesperrt. Ach doch, hier, Tier 3, Elpis. Nö. Aber die sind halt rot gekennzeichnet. Das ist merkwürdig. Äh, ja, keine Ahnung. Entscheide du, wo mal hinflattern. Ja, ich würde dann halt schon wieder sagen, mehr Elpis. Ja, Venus. Okay. Kriegst du mein Buch wieder? Ah, stimmt ja. Oder willst du es behalten? Ich hab noch jetzt irgendwo eine Kiste. Nee, nee, ich hab genug. Also, Treibstoff-Loader abbauen, ne? Oder? Ich hab einen Fuel-Loader in den Dings-Kisten. In den Dimensional-Chests drin. Da hab ich auch... Voll? Was? Nein, nicht voll. Ja. Ja. Warte. Ja. Warte, warte. Hab ich die noch? Nee, die hab ich nicht im Inventar. Äh, wir pumpen uns einfach was ab. He-He. Okay. Weil ich hab auch noch ein paar Kanister dabei. Ich glaub, das sind so sieben Stück oder so. Ich hab neun leere Empty-Kanister. Ja, das passt doch. Ungefähr. Einmal da hin. Ja, so. Das funktioniert nicht. Obwohl doch. Aber... Nee. Warum? Was ist denn das für eine Scheiße? Doch, jetzt. Ich hab vergessen, umzustellen. Und wenn nicht, dann haben wir nicht Pech. So. Ja gut Können wir los? Ja, zähl runter Was waren sie? Ne, warte mal Also Leertast und dann runterzählen Oder was? Drück einfach Ich drück kurz nach dir 1, 2, 3 Ach wir brauchen einen Fallschirm Deine Rakete Ich schmück dir hier erst einmal zu Hast du keinen Fallschirm? Nein Ja, wir sehen uns dann Wir sehen uns auf dem Mars Ich bring dir mit Wenn ich irgendwo welche hab Hä, aber ich Hatte ich Wir hatten doch welche Craft Alter ist das laut Vor allem Wo sind die Fallschirme bitte? Wir mussten erst ein Craft Wir brauchten die doch für eine Quest, oder? Wir haben echt keine Fallschirme Ich schau mal Ähm, ja gut Ähm, ja gut Ähm Perle Count Ähm Ja, die müsste eigentlich easy vom Hocker gehen hier Locker vom Hocker 2 1, 2, 3, 4, 5 Oh, ich badere hier einfach nur rum Ähm Kann man Wolle klein machen zu Fäden? Ich sag bitte ja Wolle klein machen zu Fäden, ja Wolle klein machen zu Fäden, ja Nee, 3 3 Ja, 3 Gut Trotzdem Bringe ich hier dann kein Perle Count mit Was für eine Fahrer Äh, kannst du eine Spitzhacke mitnehmen? Ich hab zwei Stück, zwei Dierspitzhacken Eine fast kaputt und in einer Folge soll ich die Unerinnerung mitbringen? Ja Okay So, dann mobs ich mir von euch jetzt ein paar Sticks, wenn ihr welche habt Nein, kann man nicht Dann töte ich eure Schleims Was für Schleims? Ey, natürlich, hier sind elf Sticks drinnen, du Knallkopf Ja, weiß ich doch nicht Äh, ihr habt hier aber nicht mal ein Crafting Table oben Nee, aber auch nicht Aber dafür Wir sind Profis Dafür genug Ja, jetzt genug Holz Ja Ich hab alles in Herz gefunden Hm Sechs Stück Ich hab fünf Warum? Weil mir ein Stick fehlt Ich hab alles in Herz gefunden Ich hab alles in Herz gefunden Ich hab alles in Herz gefunden Hä, hab ich doch gemacht? So Beziehungsweise die Strings davon Wobei, ach, die kann ich mir demnächst wieder fahren Äh, wo soll ich nochmal hingeflogen kommen? Äh, Mars 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 Okay Warum hab ich Langsamkeit? Äh Hast du einen Stern im Inventar? Nö Dann ist gut Ich hab Langsamkeit Vielleicht die Anziehungskraft vom Planeten? Nee Nee Ich glaub eher, dass es irgendwie mit Druck zu tun hat Oder so Äh, Gesundheit mit was? Mit Druck Ich hab auch manchmal, ich hab auch manchmal Druck Also, ich meine Hier Ja, ich weh schon, was du meinst Äh, warum sterbe ich jetzt? Äh Äh Ich glaub wegen dem Anzug Was für ein Anzug, Ike? Diesen Wärmeanzug da Den hab ich nicht Scheiße, Ike, bist du grad Bist du Ich bin schon im Weltall Scheiße, Ike Hilfe Ich will nicht sterben Ähm Soll ich nochmal auf die Erde Auf der Erde Lalalala Auf die Erde zurück landen? Also auf dem Mond Geht das? Natürlich geht das Warum komm ich hier nicht hoch? Ich bin grad Landeanflug auf dem Mond Ach, Detox Du machst Sachen Wieso hast du diesen gestreiften Anzug nicht? Ich hab ihn vergessen Hä, bist du sicher? Ja Und ich lande genau auf meiner Startplattform Bist du sicher, dass du den vergessen hast? Ja Und nicht, dass wir dafür einen anderen brauchen? Nein Ich hab den vergessen Ja, ich hab den nicht an Wo hast du den denn gelagert? In irgendeiner Kiste In irgendeiner Kiste Aber ich weiß, dass es oben ist Also Ich muss einfach nur noch so einen roten Ding sagen Ja, ich weiß wie der Schlafanzug aussieht Äh Hier ist ein gar keiner Kiste Uh Guck mal unten nach Hier draußen ist er auch ein keiner Kiste Hier auch nicht Äh Ja gut Doch Da muss einer sein Da ist keiner 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 Da ist auch keiner Sicher, dass du einen hattest? Ich hab einen Du warst doch selbst dabei, wo ich dir Strings klauen wollte Ach Ja schon Aber Ich seh hier halt keinen Und das kannst du dann auch in den Folgen nachgucken Ich seh aber einen Äh Ich hatte aber einen Äh Ja gut Hier ist nur die Titanium Rüstung Guck mal, würde dann jeder eins mit Gissen Hab ich schon Ich guck jetzt das dritte Mal durch Äh Gib mal unten in der Suchleiste Ich weiß wie die aussieht Tyrox Ich bin ja nie doof Na trotzdem Ich übersehe ja auch gerne Äh Die mit Thermo links Und dann doppelt drauf klicken Hier ist so und so Ja Ne, ist alles grau Wird nicht angezeigt Ey, ich hab die Hat Mavid hier etwa drin? Die hab ich Mavid schon gegeben Das heißt Ich muss dir eine mitbringen Schatten, die hab ich Mavid schon gegeben Ey, da kannst du ja von Glück reden Dass ich gerade 44 Wolle gecrusht hab ne Und davon die Strings jetzt hab und wie er zur Wolle machen kann Ey, ich gib sie dir zurück Ach, ich hab noch riesige Dings hier Äh, Baum Ne? Mit weiß Baum Äh, Tyrox, ich nehme mir einfach von euch das Letzte Was ich zum Craften brauche Ja gut, okay Äh, jetzt guck ich grad durch ob ihr irgendwo noch ein paar einzelne Strings habt Weil ich weiß, ich hatte irgendwo noch welche gesehen Weil ich weiß, ich hatte irgendwo noch welche gesehen Da ist noch zwei Ja gut Ja, hätte Cassie ihre nicht angezogen, hätte ich eh ne ähm Ähm Man Milton Leute, ich krieg volle sieben Dinger gerade mal raus Zwei, drei, vier, fünf, sechs, so Ach, ich muss lois mir die herstellen Ich habe schon meine Hose. Jooo! Das war´s aber, ähm, 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 ja, ich beende erst mal ganz kurz die Folge hier.